Hi Freunde und herzlich willkommen bei eurem Team of the Season Swops 2 Token Tracker hier auf dem Kanal Archie Gaming Clips. Falls ihr keine Token mehr verpassen wollt, ja, jetzt ist es ja kurz vorm Ende, dann gerne nochmal ein Abo dalassen. Generell den Kanal mal abchecken, Freunde, wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr hier bleibt. Gerne ein Abo Richtung 1000 Abonnenten dalassen. Wir sind kurz davor. Zerstellt auch gerne den Like-Button, teilt das Video mit euren Freunden, denn ihr wisst Bescheid, support is come on. Wir wollen uns aber heute, wie ihr im Titel gesehen könnt, um Token Nummer 22 kümmern. Und das ist einer aus der Bundesliga von Hoffenheim. Hoffenheim ist es Philipp, das ist der Torhüter, der versteckt sich, wie ihr sehen könnt, in der ultimative Team of the Season Challenge Nummer 2. Ist für zwei Teile verfügbar, die SPC, und ich würde sagen, die könnt ihr definitiv mitnehmen, die Geschichte. 75er Greatest Squad, 4 seltene Spieler, mindestens 90er Teamschmie, mindestens 5 aus derselben Region und mindestens 3 Ligen. Wir haben also keine maximalen Begrenzungen, was schon mal mega ist, und insofern wirklich eine sehr, sehr simple Squad-Bending Challenge. Nehmt euch also den Token mit, Token Nummer 22 von 25. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Clip. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bitteschön für die Info, und wir sehen uns im nächsten Clip. Also, haut rein, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.